die auch wieder kriegen es sind hundertprozentig für die selben wie kommen wir denn nicht wir müssen sein gesehen wie sie spielen kaum möglichkeiten schießen trotzdem okay das sind sie bei ordentlich ja das sind sie die haben viel zu viel hat ich stehe genau im Weg also wie ich bin Porto wenn ihr die Stiftung Sporting er meinte ich doch jetzt was mich verwirrt ist zum Lopper Marnie der Spielmann was sind passen das hat mein Fußball Trainer gesagt immer zum Ball laufen aber ich habe ich nicht Prozent habe ich in oben Näh, 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 jetzt habe ich ihn Lani, lauf! Rückraum! Boah! Der Torwart, ne? Auch schon im letzten Spiel Kuhn-Karls-Teels war es letztens Ach komm, den hast du! Ah! Boah! Boah, Mann! Boah! Ja, es sind die von eben bei dem Lack Ja, das ist der Name, ich habe gerade den Namen erkannt Ja, das ist der Ich bin die ganze Zeit nur Bremen, deswegen können wir die immer kriegen Alter Ja, ja Och, ey Ja, tut mir leid Och Ich habe in den Rückraum gespielt, aber spiel einfach nach oben Einfach nach oben Da haben die einen Lack Oh, den haste! Nani! Nani! Musste ich probieren Ja, ist aber ein Eckball, okay Ich mache nochmal denselben wie eben Ja, warte, ich laufe auf ein Boah Oh mein Gott! Oh Gott! Komm Ja, den hat er Boah! Stopp! Ja, Mann! Nach dem Schuss einfach mal riskiert Weil, was war das für ein Schuss? Der war angefälscht! Oder nicht? Echt? Ne, stopp! Ich seh' mir ja gleich nochmal Oder? Ich hoffe ja Ne, seh' mir nicht mal Raphael Wolf drinnen Das ist kein Wunder, dass das passiert Der kann nix mit der Distanz Ist aber super auf der Linie Es ist echt schade, dass Wer da mit so'n Reflexen so scheiße ist Ball zu fangen Der ist auch halt in der Strafraumbeherrschung Wenn der rauskommt oder so Total scheiße Naja, der hat sehr viel Angst, habe ich das Gefühl Ja, ist ja noch nicht so alt, ne? Ist ja noch total jung Unser Torwart macht's aber grad nicht so besser Der Meto Wie heißt er Meto? Beto? Ne, ne? Der heißt er Rui Patrice Auch noch der portugiesische Nationaltorhäuser Der ultime Team voll das Biest sein soll Merkmann Aber in der Coop-Saison ist auch voll die Lust Und komm mal Lust, Silos Nani Silos Nani Was willst du? Was willst du? Ich hab mich grad in der Kelm gesehen Du hast dich grad in der Kelm gesehen Ja, ich bin grad vorbeigelaufen, das meinte ich Ich dachte, das ist Abseits Ah, der da oben ist weiter gelaufen, deswegen Mann, ich seh doch alles Ist Nani mittlerweile wieder bei Manny oder ist er von denen gekauft worden? Er wurde, ich glaub sogar von denen gekauft Zurecht, denk ich mal Oder ist er komplett irgendwo anders zu gehen Naja, was will er denn doch bei Manny, jetzt ist ja ein D-Pay da D-Pay D-Pay? D-Pay D-Pay D-Pay, D-Pay D-Pay meint ich natürlich, nicht D-Pay D-Pay meint ich natürlich, nicht D-Pay 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 W vez�� ig B�ner D-Pay 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 Herr Baby D-Pay D-Pay Wobção er beim nächsten Mal man sieht zwar zweimal Wolf ein Fußballspiel schon mehrmals war von der Post für morgen die Deckel Mori Nassau Nordkauf getrückt ein Ort gesetzt auch dachte schon damit ich die da käme stammt der drüben Brotbrot anrufen vorbei abseits meist kein abseits um da wurde dabei ein das kann doch nicht wahr sein! Was soll ich denn da zu sagen? Kopf ab! Es sind doch noch immer diese ehrenlosen Menschen, die Tore treffen. Gott jezu kann nichts halten. Nichts! Den hätte er locker halten können. Den hätte er locker halten können. Wenn er mehr auf der Linie stand, hätte er den locker halten können. Oh, nein. Alter, hat es bei dir auch gerade so rumgeleckt? Alter, es leckt bei mir gerade extrem. Da sollte der überhaupt nicht hin, aber ist egal. Leckt es bei dir auch gerade so komisch? Nein. Nein? Okay. Mach Start! Mach mal Start! Komm mal auf deinen Ping bei TS! Alles super! Da wollen wir nichts! Okay, dann machen wir weiter! Na, machen wir! Na, wenn er noch weitermachen will! Ah! Ach eh! Ein Räubisjörspiele! Oh! Ist er noch da? In der Mitte Oh, den hast du Habe ich mir selber vorgelegt Ey, ne, weg du Alter Was machst du da? Ich habe mir den selber vorgelegt, Junge Mein Tor, hast du nichts mit zu tun, du Pussy Oh, ein Wunder Ich erinnere mich die letzten Session Oh, bitte sag mir, die gehen raus, das ist ja so schön Da musstest du dir sogar ein Tor Anrechnen, dass es deins ist Ne? Achso, ich verstehe wieder ganz gut Hallo Oh, da, 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 hier, YouTube-Strike, YouTube-Strike, Copyright, Copyright oder sowas in der Art Oder sowas in der Art Oh, was machen wir denn jetzt gerade den Butterpuderm schmieren oder was in den Hotel und Schrank lassen Leckeres Cordon Bleu mit Kartoffeln, Speckbogen und so Klick jetzt, oh gut, Holländes hier unten Wenn du zaubern darfst, darf ich auch zaubern Und jetzt mit der Hacke Ich wollte gerade weiterspielen zu dir Ja, ey Kommt der scheiß Torwart raus, ne? Kann ja gar nicht Voll unrealistisch Wolf, gut im Strafraum Das kann jetzt sein Den hätte er eigentlich fein lassen müssen Ah, wusste ich doch, dass er dahin spielt Boah, jetzt ist der weggeflogen Oh mein Gott Bin denn drin gewesen, wenn es ging, wenn wir auf deine Kappe gegangen Ich hab nichts gesehen Es hat schon wieder angefangen Ah, du wüsst Das kannst du bei mir alles in der Aufnahme sehen Ich werde hier Kontrollbesuche machen Kontrollbesuche Hä, noch keine Halbzeit Man, zur FIFA, das dauert die letzten Monate immer Oh, Hitze Oh, Mann Halbzeit, ey, Mann Ne, langweilig Was haben wir denn jetzt hier? Hammer nur irgendeinen Ne, haben wir nichts tut Dann lassen wir was bleiben Also, okay Wir müssen jetzt alles gewinnen, um aufzustellen Ist ja grässlich Fünf Spiele oder so, sechs Spiele Ne, fünf Spiele Oh, boop, 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 boop Oh, oh, ich wollte schon sagen Oh, den schieß ich Nein, den schieß ich Ich rede schon mal rein War das denn wirklich ein Schuss von dir? Habe die Hände alle keine nach uns gedrückt Prozent ich war bei der um Torhaltestange Torhaltestange nach links das Ding was das Tornetz hält diese Tornetzhalterung weiße wer dagegen schießt hat ja auch eine Kontrolle hier oben als der Fälle der Fake-Posten das ist jetzt alles an ich habe einen Spiel so zu dem Mann mehr als er nahe die Standplätze aber zu offensichtlich ich habe immer den Überraschungsmoment nutzen als Überraschungsmoment den er jetzt in der Mitte spielt Alter ich hatte schon Angst dass er den Ball nicht ich habe mal einen ziehen lassen gerade da war mal Land dabei ja das interessiert mir in Gerhardy was du ziehen lässt oh der riecht aber gut riecht wie wenn du morgens in den Mülltonnen guckst also von der Edeka der Fleischabteilung so riecht das oh kein Foul ja ich konnte nicht mehr passen ja ist mir klar er hat sich wieder den Ball weil es wieder verspringen verspringen Simulator 2000 mach doch was ey mach doch was das Spiel dabei nicht zu mir was ist denn jetzt schon wieder los nein naja ja 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 das finde ich gut so das finde ich gut so das finde ich nicht gut das finde ich gut so und was war denn das jetzt schon wieder für eine Slapstick-Aktion ja nicht wegrennen oh Alter ich läuft er nicht los weil er da geblockt wird weil es so oh jetzt hat Wollt er die geben jetzt gebe ich es oh nein Mann Westerkart kann sowas da macht er so einen Ausfall was machst du denn da was lachst du alter mit dem Bayern schießend Tor jetzt ich hab keinen Bock mehr Mann ey, da wird die Oma am Hühnerstall verrückt auf ihrem Motorrad Alter, die spielen aber auch scheiß Pässe Oh, komm, 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 komm! Hilfe! Hilfe! Nani! Nani! Schieß drauf! Boah! Viel besser! Oh, kann man so ne Superparade sehen? Ah ne, leider nicht Ne, das gucken sie sich nicht an So, mal gleich mit hoffen, wenn wir Team Wiese ins Tor machen Ja klar, Team Wiese das Biest Nein! Wir machen Team Wiese in Sturm Ne, wir machen nicht so wie andere Netzplayer Ey! Geh, rot, rot, rot! Oh, ja, ja Schiri Ohr mit Ohr Hale für Trikotsponsor die von Dingens also nicht Bremen sondern die anderen da sind Kino 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 Rhein ja den habe ich was kann ich meine natürlich stehen es ist eigentlich nicht die Bälle auf die Stiezen weil ich so ein Verbrechen zum Zettbewerb die falsche Seite Schöne Ball, weiter Leid. Ja, jetzt. Ich drück auf Passen oder Machtmix, das ist unfassbar. Och, mein Mann. Ball her. Boah, das gibt's doch nicht. Und natürlich war das ein Foul, ist ganz klar. Das auch, das auch, komm. Oh, oh, Luzovic. Ja, aus der Distanz, das will ich erst mal sehen. Was hast du gerade gesagt? Hey, hab ich zu Luzovic gesagt. Hey, na, na, na. Jetzt geh ich schon mal vorne an den Mitteln. Ah, hi, Schering, na, Schering, was geht ab? Oh, 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 oh. Na, hier, komm mal her. Man macht so was, du Pisser. Bäm, was ne Rakete. Oh, der war krass, ey. Oh, oh, da hab ich aber Angst gehabt. Der Ruhl, leck mir im Arsch. Was macht zu hauen? Mach sie mal ganz links. Das ist mir nicht mehr weiter. Hab ich mitbekommen. Jetzt, aber jetzt, ganz links. Was bist du für Bälle? Ich trage aufpassen, ich kann nichts dafür. Ja, ja, klar. War das mit Lerber, hm? Schiri? Ja, jetzt hol dir doch mal die Mumel, ey. Ich hol dir jeden Ball. Das wird nichts. Na los, hol dir den doch mal. Nein, da denke ich, da spielt ihr direkt weiter, Mann. Wichser. Renn doch nicht weg. Ich renne nach oben. Nee, passt weg. Dann wechselt ihr den Spiel nach. Das gibt's nicht. Ja, selke. Komm, übertreib doch nicht. Oh, oh. Ich bin mal zurück. Alter. Wenn der Torwart da jetzt rangegangen wäre. Ich hätte er ruhig auffangen können. Ach so, du warst da dran, ne? Ich hab den zurückgespielt. Ja, man muss jetzt ein Tor geben, ne? Ist ja, guck mal, 86. Eigentlich muss ich jetzt ein Tor geben. Oh, er hat hier ihn. Er hat ihn hier. Westergaard. Ja, ich bin mit so einem kleinen Pisser, ne? Da war aber eine Klappe. Ich darf den Abschluss machen, auf jeden Fall. Ich mach den nach rechts. Reite ich schon mal drauf vor. Oh, die wird das komplett frei gewinnen. Was, ich den Typen? Nö, aber ich mach einfach nur noch. Natürlich geht das komplett. Ja. Tschüss. Oh. Na, die möchte. Och, Mann, du gibst mir nie mehr. Junge, da war ein Gegenspieler. Ich muss auch mal warten. Oh, ja, jetzt, komm. Warte, geht zur Eckfahne, geht zur Eckfahne. Oder machen wir die Entscheidung? Haha, geht zur Eckfahne, Junge. Bleib mal stehen, du sagst. Nein. Weiter. Der Feuer schiebt alleine. Siehst du da hinten? Naja, ich seh' ich leider grad nicht. Weißt du, eigentlich, eigentlich, warum geht der nicht vorbei, frage ich mich. Ich hätte da jetzt eigentlich vorbeischießen müssen. Ja, eigentlich schon, ne? Aber die Zeit, glaube ich, war ich einfach jetzt zu gut geworden. Warte mal. Soll ich mal mit Leicht mit dem Handy auf dem TS-Kontakt gehen? Ne. Das fällig auch nicht so gut. Aber ich hab' erst, wenn wir hier aufgestiegen sind. Dann müssen wir ein paar Spiele machen. Oder ein paar Spiele gewinnen. Ich hab' auf Ball mit Mama gedruckt, dann muss nichts passieren. Jetzt. Äh, geht doch. Was machst du? Du Aire. Ballhahn, na da, guck. Oh, jetzt kommt der Skillwand des Jahres. Aha. Aha. Oh yeah. Jetzt komm. Waka waka. Scoop turn. Das macht aber, warte. Oh, Mann, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen gegen die Wechselverlieben. Hochverdienst mit 4 zu 2. Ja, mein, ihr Pisschen, wenn ihr das sehen würdet, wie ich immer hält, schweiß in euren. Da hast du gehört, was ich damit machen würde. Ciao. Tschau. Tschau. Tschau.